Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Nachdem wir in unseren letzten zwei Folgen darüber sinniert haben, was das Leben ist, was es sein könnte und was es vielleicht nicht ist, und ehrlicherweise genauso schlau sind wie vorher auch, weil es so eine unerschöpfliche Frage ist, wollen wir heute ein bisschen konkreter werden und uns die Frage stellen, wie sind denn die ersten irdischen Zellen auf der Erde entstanden? Welche Modelle werden hier in der aktuellen Forschung verfolgt? Welche werden favorisiert? Welche Schritte kann man im Labor bereits nachstellen? Und das Wichtigste, was klappt noch nicht? Welche Schritte fehlen uns noch? Was müsste von den zukünftigen Generationen gelöst werden? Vielleicht kennen Sie das Sprichwort, dass es so viele Wahrheiten wie Menschen auf der Welt gibt, sodass jeder so sein eigenes Ding macht. Und hier ist es durchaus ähnlich, würde ich sagen. Es gibt so viele unterschiedliche Modelle über die Entstehung des Lebens, wie es Forschende auf der Welt gibt. Wenn Sie morgen jemand anderen zu demselben Thema einladen, werden Sie einen ganz anderen Vortrag hören. Liegt einfach daran, dass jeder Lehrstuhl so seinen eigenen Fokus hat, dass jede Universität auch ein bisschen anders unterrichtet. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, woher kommt dieser Dissens? Warum verfolgt man hier als Community nicht einfach ein und dasselbe Ziel? Wieso zieht man nicht an einem Strang? Und Peter Mitchell, ein Biochemiker aus den 50er Jahren, hat das ganz gut zusammengefasst. Denn schon damals gab es so viele Hypothesen, dass das einem über den Kopf gestiegen ist. Er hat gesagt, man kann einen Organismus und erst recht seine Entstehung nicht ohne die Umwelt verstehen. Das bedeutet, je nachdem welche Umwelt Sie als Szenario für die Entstehung des Lebens voraussetzen, werden Sie aus dem geochemischen Setting eine andere biochemische Version der ersten Lebensschritte bekommen. Es gibt zum Beispiel Leute, die fokussieren sich, das tun wir zum Beispiel, auf hydrothermale Quellen. Bei den hydrothermalen Quellen handelt es sich also um, ja, ich sag mal, vulkanisch aktive Systeme am Grund der Ozeane. Und hier gibt es dann auch wieder Unterscheidungen zwischen Leuten, die eher schwarze Raucher verfolgen. Das war insbesondere in den 80er Jahren sehr berühmt. Und heute will man sagen, heute schaut man sich eher die weißen Raucher an. Dann gibt es Leute, die sagen, also bitte am Meer da unten braucht ihr nichts zu suchen. Sucht mal lieber oben an Land in irgendwelchen vulkanischen Becken, die mal trocken fallen und dann wieder geflutet werden, wo auch UV-Licht vorhanden ist, um irgendetwas antreiben zu können. Wieder andere sagen, das bringt überhaupt nichts, ihr müsst wirklich tief runter in die Lithosphäre, ein paar Kilometer, da sind die richtig gewaltigen Prozesse am Werk. Andere mögen es wieder ruhiger und sagen, es war wahrscheinlich die Uratmosphäre der Erde, mit vielleicht Blitzentladungen, wo erste chemische Pathways zum Leben entstanden sind. Und andere sprechen sogar, diese Hypothesen gibt es tatsächlich, dass das Leben in Eisschichten entstanden ist. Und ultimativ, Sie kennen das vielleicht im Zuge der Panspermie, dass man sagt, das irdische Leben ist überhaupt nicht auf der Erde entstanden, sondern wurde irgendwie von Himmelskörpern eingeflogen, bei irgendwelchen Kollisionen, wobei das natürlich nur die Frage nach der Entstehung des Lebens dann an einen anderen Ort und an einen anderen Zeitpunkt im Universum verschiebt. Also wirklich was gelöst hat man damit nicht. Und deshalb möchte ich den Vortrag heute auch nicht so strukturieren, wie man das jetzt zum Beispiel in einer Semestervorlesung mit Studenten machen würde, dass man wirklich jede Umwelt bespricht und die Modelle analysiert, sondern ich möchte heute in diesem einführenden Vortrag eher eine funktionelle Trennung machen. Damit meine ich, welche Komponenten müssen denn entstehen, ohne jetzt in erster Linie die Umwelt zu beachten. Also was wollen wir dann überhaupt, dass entsteht in so einer irdischen Zelle? Und auch hier gibt es wieder unterschiedliche Lager, aber hier sind es zumindest drei. Es gibt die ersten Leute, zu denen auch unsere Gruppe gehört. Wir sagen, für uns steht das Erbgut im Zentrum. Das ist für uns die zentrale Frage. Wie ist das Erbgut auf der Erde entstanden? Die sogenannte Nukleotid-Welt. Egal, ob das jetzt DNA ist oder RNA oder irgendeine PNA, die gibt es auch, oder verschiedene sogenannte XNAs. Also es gibt verschiedene Wege, wie Sie Erbgut zusammenbauen können. Das ist vor allem in der synthetischen Biologie ziemlich wichtig. Einfach die Frage, wie ist das Erbgut entstanden? Und das favorisierte Modell heute, Sie haben den Begriff sicherlich schon öfter gehört, die sogenannte RNA-Welt. Über das wird es auch heute gehen, einfach weil ich selbst aus dieser Forschungsrichtung komme. Es gibt dann aber das zweite Lager, die sagen, Erbgut schön und gut. Aber was ist eigentlich mit der Protein-Welt, auch manchmal Peptid-Welt genannt? Es bringt ja nichts, wenn irgendwo Erbgut einfach da vor sich hin schwimmt. Und das muss ja irgendwie enzymatisch aktiviert werden. Da müssen Katalysatoren ran. Also enzymatisch wirksame Proteine, das übernehmen in den meisten Fällen die Proteine, die hier etwas aktivieren, damit da was vonstatten geht. Also hier steht die Frage im Zentrum, wie sind die Aminosäuren entstanden? Die Proteine und wie haben sie sich mit den Erbgutsträngen verbunden? Und dann gibt es die dritte Gruppe, die völlig zu Recht sagt, Leute, das ist alles schön und gut, aber es bringt ja nichts, wenn irgendwo im Ur-Ozean Erbgut und Proteine vorhanden ist. Und das muss ja konzentriert sein. In einem kleinen Raum, ein Innen, das vom Außen getrennt ist. Die sogenannte Lipid-Welt. Wie sind die ersten Zellmembranen entstanden? Die ersten abgeschlossenen Vesikel, innerhalb dessen wirklich konzentrierte chemische Verbindungsmilieus vorhanden waren. Heute soll der Fokus auf der RNA-Welt liegen. Und um die Hauptaussage der RNA-Welt-Hypothese zu verstehen, lasst uns mal darüber sprechen, was in unserem Körper gerade jetzt vorgeht. Im Zuge der Genetik. Also Grundstudium Biologie, zweites, drittes Semester. Das gehen wir jetzt erstmal durch, um dann zu verstehen, warum die RNA-Welt-Hypothese so stark favorisiert wird heute. Wir haben also eine Zelle mit der gesamten Erbinformation in Form von DNA. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn eigentlich die Hauptfunktion einer Zelle? Was machen die Zellen in unserem Körper eigentlich die ganze Zeit? Und hier fällt das Stichwort Protein-Biosynthese. Wir haben also das gesamte Erbgut, aber irgendwas muss ja damit angestellt werden. Aus dem Erbgut müssen Proteine hergestellt werden, die dann die spezifischen Aufgaben im Körper übernehmen. Den Körper aufzubauen oder irgendetwas enzymatisch zu aktivieren, als Katalysator irgendwas voranzutreiben. Die Frage, wie wird das gemacht? Und die DNA, wie Sie vermutlich schon oft gehört haben, ist ja als sogenannte Doppelhelix organisiert. Das sind also zwei Stränge mit den entsprechenden Basen. Es gibt vier Basen. Einmal Adenin, Guanin, Thymin und Zytosin. Und es ist immer so, dass die komplementären Basen miteinander binden. Also wenn Sie hier Adenin haben, dann bindet das in dem Fall mit Thymin. Und auf diese Art und Weise sind unsere Erbinformationen kodiert. Mehr ist es tatsächlich nicht. Dieser große Informationsspeicher mit vier Buchstaben. Natürlich aber in einer riesigen Sequenz, sodass sich da sehr viele Kombinationsmöglichkeiten ergeben. Hier steckt also die Information drin. Für den Bauplan von Proteinen. Welcher Schritt wird denn hier als erstes eingeleitet? Was zunächst passiert, im Zuge der sogenannten Transkription, so heißt dieser erste Prozess, ist, dass es eine sogenannte RNA-Polymerase gibt. Das ist ein Proteinkomplex, der an gewissen Stellen an der DNA binden kann und sich hier quasi dann an die DNA heftet und diese DNA Base für Base abläuft. Bis zu einem Punkt, der sogenannte Terminator, wo das dann wieder aufhört und die RNA-Polymerase sich verabschiedet von der DNA. Was passiert jetzt aber innerhalb einer solchen Polymerase? Ich werde das jetzt mal ein bisschen größer hier aufzeichnen. Wenn die hier so drüber läuft, passiert etwas ganz Wesentliches. Der DNA-Strang, der davor als Doppelhelix miteinander gekoppelt war, fest auch, wird jetzt entkoppelt durch die RNA-Polymerase in diesem Bereich, wo sie drüber läuft. Das heißt, die hängen dann nicht mehr miteinander zusammen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass in dieser Region chemische Bindungen wieder möglich sind durch diese Entkopplung. Die RNA-Polymerase nimmt dann aus der unmittelbaren Umgebung andere Basen, die da immer vorhanden sind, auf und setzt sie an die geeignete Stelle. Immer die komplementäre Base, da gibt es bestimmte Regeln, wie sie sich binden, setzt sie hier zusammen und es bildet sich ein neuer Strang. Dieser lilane Strang. Und der hat eine gewisse Länge. Und wenn die RNA-Polymerase fertig ist, ich nehme jetzt mal hier dieses Stück Plastik, um das zu verdeutlichen, dann verlässt diese sogenannte Messenger-RNA, also das wird gebildet, die sogenannte Boten-RNA, das ist das lilane. Ist er jetzt auch in aller Munde, weil die neuen Impfstoffe auf dieser mRNA basieren. Vielleicht können Sie das so besser einordnen. Die mRNA verlässt den Zellkern durch passive chemische Mechanismen und kommt hier raus. Also aus DNA wird im ersten Schritt durch Hilfe dieser Polymerase eine RNA-Struktur in kurzer Länge. Und zwar einfach in der Länge, wie weit halt diese Polymerase hier gelaufen ist. Und in dieser mRNA steckt jetzt die Information für den Bau eines einzelnen Proteins. Das passiert also ständig und tausendfach, millionenfach passiert das im Körper. Und wenn dann diese mRNA den Zellkern verlässt, was wartet dort auf sie? Dort warten diese Dinger hier. Das ist eine Grapefruit als Sinnbild für ein Ribosom. Vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört. Ganz, ganz elementar. Die Frage nach dem Ursprung der Ribosomen ist eigentlich die elementarste Frage, auf die wir später noch zurückkommen werden. Im Zytoplasma wartet also ein Ribosom oder es warten sehr viele Ribosome. Die Messenger-RNA kommt dann in Kontakt mit so einem Ribosom und wird regelrecht tatsächlich eingekettet, eingeschnappt und läuft hier durch mit der Information aus der DNA. Das ist ja einfach nur eine Kopie, eine komplementäre Kopie eines gewissen DNA-Segments. Läuft hier durch und was macht jetzt das Ribosom? Das Ribosom ist selber ein riesiger Proteinkomplex und im Zentrum des Ribosoms steckt ein, ich sage jetzt mal, ein Katalysator. Ich möchte noch nicht sagen, wie der aufgebaut ist, das kommt später aus didaktischen Gründen, würde ich sagen. Die RNA läuft hier durch, durch diesen Katalysator und dieser Katalysator greift aus der Umgebung Aminosäuren auf, denn immer drei Basen, drei von diesen Strichen entsprechen genau einer Aminosäure. Das heißt, die RNA läuft hier durch und daraus wird dann eine Aminosäurenkette gebildet. Und wenn Sie jetzt hier eine mRNA-Struktur haben von, sagen wir mal, von einer Länge von 30 Basen, dann entsteht hier eben eine zehnkettige Aminosäurenkette mit zehn Aminosäuren. Die wird also hier gebildet, wird dann freigesetzt und was passiert mit dieser Aminosäurenkette? Das ist quasi dann der letzte Schritt. So eine Kette, egal ob das jetzt ein RNA-Strang ist oder ein DNA-Strang oder auch eine Aminosäurenkette, das sind ja keine starren Gebilde, die bewegen sich durchaus und sind auch formbar. Und ich zeige das jetzt mal hier einfach ganz plastisch. So eine Kette kann sich einfach durch einfache physikalische Prozesse, zum Beispiel jetzt hier die Drehung, sehen Sie, es bildet dann eine Struktur, eine dreidimensionale Struktur. Und wenn sich eine Aminosäurenkette zu einer dreidimensionalen, ja zu so einem Klumpen entwickelt, dann ist das ein Protein. Und dieses Protein übernimmt dann ganz spezifische Aufgaben im Körper, der Zelle. Und das geschieht die ganze Zeit. Aber Sie merken schon vielleicht, es gibt hier schon ein Problem. Also wir haben hier nochmal die RNA und da wird dann, ich mache jetzt einfach mal P für Protein. Ja, und dabei helfen uns die Ribosomen, diese riesigen Dinger, naja riesig, 20 bis 30 Nanometer, aber hier im Vergleich zu den anderen Strukturen schon ziemlich groß und auch sehr komplex. also diese Proteinkomplexe. Fällt Ihnen hier etwas auf, ein Problem? Hm. Damit die DNA überhaupt abgelesen werden kann, braucht es ja die RNA-Polymerase. Aber die RNA-Polymerase ist ja selber ein Proteinkomplex. Das heißt, dass die DNA abgelesen werden kann, hängt davon ab, dass es Proteine gibt. Dass es aber Proteine gibt, hängt ja davon ab, dass es erst einmal die DNA gegeben haben muss. Und natürlich gilt das selber auch für die RNA. Die RNA muss ja durchs Ribosom kommen, um zum Protein zu werden, aber das Ribosom besteht selber zum großen Teil, nicht komplett, aber zum großen Teil aus Proteinen. Also es ist ein in sich, das Leben ist ein in sich geschlossener Zirkelschluss, wenn man das so will, der da ständig vor sich hinläuft. Und jetzt kommt der Übergang zur RNA-Welt-Hypothese, zur Entstehung des Lebens. Das sind ja die Funktionen, die jetzt bei uns ablaufen in unserem Körper. Die Hauptaussage der RNA-Welt-Hypothese ist, dass all das hier oben am Anfang des Lebens bei den ersten Zellen, die sich gebildet haben, keine Rolle gespielt hat. Das DNA überhaupt noch gar nicht da war. Viel zu komplex, um abiotisch zu entstehen. Vor allem in dieser Doppelhelix-Bindung. Also man nimmt an, dass das viel später in den evolutionären Schritten kam. Am Anfang gab es dieser Hypothese zufolge sogenannte Rhybozyten. Also Zellen, deren Erbgut nur aus RNA bestand oder vielleicht sogar aus RNA-Vorläufern. Das sind dann die sogenannten Protozellen. Also nochmal eine Entwicklungsstufe früher. Die irgendwie mit ihrer Umwelt, wo es ja Aminosäuren gibt und vielleicht auch schon Proteine. Jetzt sind wir wieder bei der Proteinwelt. Wie entstehen Proteine abiotisch? Also hier die Erbgutwelt mit der Proteinwelt verbunden, ohne die Notwendigkeit von DNA und der Polymerase. Das ist eigentlich die Hauptaussage der RNA-Welthypothese, dass das der ursprüngliche Prozess des Lebens ist. Das ist aber natürlich nur ein idealisierter Zustand. Also seien Sie sich bewusst, bei diesen Vorgängen passieren natürlich auch ständig Fehler. also die DNA wird nicht immer perfekt in mRNA umgeschrieben und auch die mRNA wird nicht immer perfekt in eine richtige Aminosäurenkette umgeschrieben. Also man könnte sagen, die Evolution, wenn sie ein Mensch wäre, dann wäre das ja ein etwas schludriger Programmierer, der mal hier und da die falsche Base hinsetzt oder die Aminosäure irgendwie an den falschen Ort platziert. Man spricht grob von ungefähr einem Fehler pro eine Million Operationen. Also doch relativ präzise, hängt aber natürlich von der Umwelt ab. Wenn Sie irgendwie Strahlung haben, den der Organismus nicht verträgt, dann können solche Punktmutationen sehr viel häufiger auftreten. Und das ist natürlich eine sehr gute Quelle für die natürliche Selektion. Also am Anfang des Lebens vor allem, wenn Sie da einfach nur irgendwelche Stränge haben, die müssen sich ja auch ein bisschen zumindest ändern, um dann zu sagen, aha, dieses Konstrukt ist chemisch stabiler als dieses eventuell. Also hier sehen wir durchaus eine Quelle für Variationen. Aber das sei einfach nur nochmal als Nebeninformation eingestreut. Wenn man sich auf diese RNA-Welt fokussiert, muss man sich natürlich fragen, ja, kann sowas wirklich abiotisch entstehen? Können die einzelnen Bestandteile, die die RNA ausmachen, durch chemisch-physikalische Prozesse in einer gewissen Umwelt der Ur-Erde selbstständig entstehen und kann man das im Labor simulieren? Die Antwort ist, ja, es funktioniert. Das wissen wir spätestens seit 2009. Und im nächsten Video würden wir darüber sprechen, welche einzelnen Schritte nötig wären, damit aus ersten RNA-Bestandteilen eine Welt wird, in der Proteine und RNA miteinander interagieren und eben diesen Rybozyten bilden, also dieses Lebewesen, das auf RNA basiert und vor allem, welche Probleme wir immer noch haben, welche Sachen einfach noch nicht experimentell nachgewiesen wurden, wo Sie, falls Sie eine junge Zuschauerin sind oder ein junger Zuschauer, wirklich noch was anpacken könnten, wenn Sie in Ihrem Studium in diese Richtung gehen wollen würden. Also, bis zum nächsten Mal, hat mich gefreut. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.